Moin Leute und willkommen zurück zu The Division mit Nicky und Schnorra und Nicky zu und die Rostwosch ein Achtalern, okay Oh, ich wär jetzt falsch gelaufen Wow Du bist so ein Honk, Alter Ich bin nur dem Strich gefolgt Oh, Virus vor. Boom. Ja. Das hat ein bisschen weh getan. Oh. Ich revanchiere mich dafür. Versprochen. Ah, danke. Klamotten. Ach so. Bitteschirr falsch. Bitteschirr falsch, ja. Kipps Bay, Zentrale hier. Wir haben eine dringende Anfrage von Sarah für einen virologischen Scan des Quarantänebereichs 31. East und FDR. Toll. Warte, hast du nicht? Nein. War das hier eigentlich immer mit oder ohne Gegner? Verstehe ich immer nicht, warum ich das nicht kiege. Du musst deine Maske mal ausrüsten. Na wie? Na, hehehe. Verarschen. Da musst du mal eine neue nehmen. Hab ich doch. Ich wechsle doch andauernd auf das Neueste. Ich hab keine Ahnung. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Versprechen, mob dich. Du bist direkt links gelaufen? Von wem redest du? Ja, mit dir. Schnurrer steht vor der Tür. Ich bin irgendwo hingelaufen. Ja, bist du links gelaufen. Hier stehen Puppen oder Tatsache? Hier in den Raum musst du mal reingehen. Sieht aus wie... als wenn da welche mit Waffen stehen. Ja, hier hab ich doch schon mal einen Scanner. Kontaminations-Scan eingeleitet. Oh. Ja, der andere wird mal eins höher sein. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Ja. Guck mal, Schnurrer probiert es aber trotzdem, ja. Ist ja langweilig. Warte, Kerl. Alarm! Kontaminations-Scan eingeleitet. So, was müssen wir jetzt? Äh, wir sollten jetzt das so irgendwo hochladen, oder? Mhm. Ja. Die Frage ist nur, wo? Oben. Stimmt unten, oder? Oben ist das auch so verzeichnet. Da, wo Niki ist, ungefähr. Achso. Wir müssen nur eins höher. Lass mal eine Treppe finden. Hab ne Treppe gefunden. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Ja, du kletterst einfach rüber, oder was? Ja, klar. Why not? Wie konnte man einfach rüberklettern? Tatsache. Klar. Super. Ich bin schön rumgelaufen. Die Kiste hier hast du gesehen, ja? Welche Kiste? Die direkt dahinter stand. Nee, die hab ich nicht gesehen. Alter. Ich seh'n Schnurrer. Oh, und noch ein Dings. Ein Aufsatz. Krass. Schon wieder so viel Waffen jetzt aufgenommen. Mein Rucksack bleibt wieder voll. Aber das ist ne Sniper, oder? Dann starben die Ersten. Und zwar nicht nur Alte und Kinder. Die Leute fielen auf der Straße einfach tot um. Sie starben, wenn sie tagelang niemand fand. Die Krankenhäuser wiesen Menschen ab, weil sie völlig überlastet waren. Aber das war in Ordnung, weil die Sauer diese Massenbehandlungslager aufgebaut hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Katze längst aus dem Sack, dass es die Pocken waren. Aber wir hatten noch Hoffnung, wissen Sie? Sauer wurde die Seuche vernichten und wir könnten alle wieder nach Hause. Und in der Zwischenzeit ging die Stadt um uns herum vor die Hunde. Was würde ich jetzt retten da unten? Geht's jetzt mit mir? Hm. Nö, nö. Ach, jetzt war ich das von der Scar Reboot. So, wo war ein Teil? Hier vorne ist ein Teil. Ach. So. Kommst du rüber, Schnorrer? Jo, ich hab mir, du musst noch Kleidung. Oh. Ich blockier schon mal den nächsten Kamm. So, jetzt bin ich bloß wieder raus, ne? Hey. Ich habe gleich keine Muni mehr. Ich habe gleich keine Munition mehr. Oh, shit. Hast du aber trotzdem XP-Punkte bekommen für die Mission? Ja, für die Mission, ja. Klar. Danke für Ihre Hilfe. War auch scheiße. Konntest du nicht an die Waffenkiste um? Doch. Alles gut. Hab meine Kleidung. Aber wo? Wo sieht man das denn? Was? Na, mit diesen... Stufe 3 gedüns. Ja, ich habe sogar Stufe 4. Ja. Stufe 4. Das ist doch das in der Mitte, das Ding, oder nicht? Oder wo steht denn das? Das kann gut möglich sein. Also ich sehe es immer nur, wenn wir in den kontaminierten Bereichen sind. Weil das ist ja ne... Dann sehe ich das auch nur, ja. ...ne Maske. Da steht ja bei mir Risikomaske. Ja, ich habe auch ne Risikomaske. Ich habe ne Aufruhrbekämpfungsmaske. Aber da steht halt kein... ...Wert irgendwie, was irgendwie darauf hindeutet. Oder warte doch, vielleicht da 0. Wie viel könnt ihr... Also ich habe... Die rechten beiden habe ich plus 0. Und links habe ich plus 47. Du kannst auf die Teile auch noch Mods draufpacken, ja. Denk dran. Äh... Mod... Nicht, dass es darin liegt. Hä, bei mir... Aber da machst du eigentlich nur... Schuss... Also... Macht er bei mir ne Sprech der Aufklick. Nochmal, netten, nasse, kein Mod. Oder hast du alle ins Lager gepackt? Nö, ich habe keine... Ich habe die alle noch bei mir eigentlich. Dann habe ich keine Ahnung. Gott, ist das Arschkalt hier. Nachschubbeschaffung heißt doch wieder hin und her rennen, oder? Eigentlich ist es ja verteidigen. Ob überhaupt, kann auch sein. An alle Einheiten. Die Rikers haben die Klinik in der 26. East übernommen. Wir müssen sie sichern. Ah, ne, doch nicht. Vergessen Sie nicht, sich mal auszuruhen. Wir haben ja gerade beide eingestürmt, halt. Ja. Den Nachschub suchen und... Achso, jetzt... Ach, wieder das mit diesem Scheiß Tragen, ja. Jetzt kommen schon Gegner. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen... Ich mache immer das Scheiß mit mir. Ich kann mich wiederbeleben. Ich hätte mich doch auch wiederbeleben können. Alter, ist das ein Scheiß-Prosi, die ich da hatte. Vor allem, die kommen auch hinter uns. Ja, habe ich schon gesehen. Lolo. Wo schießen die denn hier? Überall. Wir haben noch nicht mal einen Teil angefasst. Geiler hat da mehr. Und down. Nice. Bisschen weit weg die Dinger, oder? Jaja Oh, da kommt Lila neben mir, da auf der Straße Oh, fuck Also hier, der Koffer ist geschützt von ein paar People Der bleibt doch erstmal bei uns, wir haben noch einen Koffer Ja, wir müssen ja trotzdem beide holen Jedes Mal, wenn du einen Koffer in der Hand nimmst, kommen noch da Gegner Ich hab ihn noch nicht in meine Hand genommen Nein, aber bei uns sind noch Der kommt von der Seite wahrscheinlich auch Gegner Das heißt, du hast sie gerade aufgehalten Aber schön, wie die anderen hier mit Pistolen rumstehen Ersten haben wir Ich geh down Alter Oh, die stehen ja hier neben mir Der Tor, jetzt haben sie mein Teil kaputt geschossen Womit ich mich hätte wiederbeleben können, weißt du? Yay, finde ich Die haben dich hier finished, ne? Die machen jetzt die ganzen Grün kaputt Niki geht jetzt auch down gleich Hey Hilfe Ja, können wir ja aufgeben, wenn wir alle da sind Sie betreten einen sicheren Bereich Wo waren die Muniz? Wo waren die Muniz? Oh, steht wieder Ja, ich bin im Safe House Ach so Aber sonst steht die wieder, ja, hast recht Warnung, sie verlassen jetzt den sicheren Bereich So Das einzige Positive ist Folgenpreis, ja mal Und Muniz Und Muniz Und Muniz Und 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 Ich glaube, das ist doch keine Sniper, die ich da hatte Jetzt Ach, ich habe die Waffen vertauscht Ach, so Ja, dann machen wir am Folgenpulschen Gut, dann Spitze Bedanke dich Bedanke dich Bis zum nächsten Mal Tschüss Äh